Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denk, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, die will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück, den Tisch vier. Und der Weiß hat wieder seinen Gewissen auf dem Poker verloren. Übernimmst du? Okidoki. Und was, ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Und was, ich meine, was macht er mit dir leben. Und was, ich meine, was ist das für dich? Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Lebensaffäre? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstimme und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du die Obdier? Mit dem einer Scheißspinze hat mit 10.000 Warnitzen oder mitzucht oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist primat! Wir sind keine Kumpels. Wir sind die Kumpels. Wir sind keine Kumpels. Wir sind keine Kumpels. Wir sind die Kumpels.